Die nächste Woche noch das Mütterleben oder jetzt angereist sehen. Eine ganz tolle Woche mit ein bisschen Schuhplattlern. Ein Abschiedsfuß aus Kärnten, ein bisschen Kultur, Volksmusik und dann aufpassen. Es geht hier auch, die Damen, die Herren, die Kinder, alle ein bisschen mitmachen. Das soll ganz, ganz ein lieber Wohl sein. Danke noch einmal und bitte einen Applaus für unsere Schuhplattlern. Kärnten Kärnten Kärnten